Ihr fragt uns ja immer, was ihr so zu Hause mal nachbauen könnt. Da haben wir jetzt eine kleine Challenge für euch, da kommt am Ende noch was dazu. Und zwar haben wir hier was aufgebaut. Ein kleiner Funken kann ein großes Feuer auslösen. Ein kleiner Funken kann viel zerstören. Viele kleine Sandkörner können zusammen einiges bewegen, manches kaputt machen und eine ganze Kettenreaktion auslösen. Die Sandkörner sind immer noch eine Kette. 1 So, und wenn man nicht aufpasst, kann dieser kleine Funken richtig krasse Auswirkungen haben, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Wir haben nicht aufgepasst. Wir haben Angst bekommen und sind weggerannt, anstatt anzuhalten und genauer hinzuschauen. Manchmal sieht die Wahrheit anders aus. Was wäre, wenn wir aufgepasst hätten? Lasst uns nochmal zurückschauen. Es ist nie zu spät, einen neuen Funken an der richtigen Stelle zu setzen. Noch ist Hoffnung da. Hoffnung, die Fesseln lösen kann und eine neue Kettenreaktion ins Rollen bringen kann. Lasst uns wieder rausgehen. Lasst uns wieder Lieder singen. Lasst uns neu starten und mutig sein. Lasst uns neu starten und mutig sein. Lasst uns wieder rausgehen. Noch haben wir Zeit, um mit kleinen Taten falsche Ängste platzen zu lassen. Lasst uns Liebe schenken, teilen was wir haben, dann wird die Hoffnung siegen und ein neues Feuer entfangen. Lasst uns ein Signal senden, mit dem wir auch die letzten Brände löschen können. Lasst uns Fragen stellen und nach ehrlichen Antworten suchen. Das ist jetzt bestimmt, dass wir da Wasser einbauen haben. Ich habe ja gesagt, dass es mich gar nicht richtig traue, das auf YouTube zu sagen. Das ist auch eine lange Geschichte. Ich beantworte das jetzt mal ganz kurz. Ja, wenn ihr mich vor zwei Jahren gefragt hättet, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass es irgendwie keinen Gott gibt oder ich auf jeden Fall nicht an Gott glauben kann. Aber es sind einfach so krasse Sachen passiert. Und zwar habe ich damals wirklich, als ich den Tumor bekommen habe, habe ich wirklich zu Gott gesagt, wenn es ihn gibt, dann soll er mich, ich habe glaube ich wirklich gesagt, dann soll er mich gefälligst vom Tumor gesund machen. Komplett ohne Chemo und ohne Ärzte. Und außerdem soll er Feuer vom Himmel fallen lassen. Und er hat tatsächlich beides gemacht. Richtig krasse Geschichte. Die ganze Geschichte haben wir euch mal auf dem Kanal Mensch Gott erzählt. Da ist ein Interview. Das könnt ihr euch angucken, wenn es euch interessiert. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob euch so Sachen interessieren. Hier auf dem Kanal bleibt es auf jeden Fall bei den alten Videos. Aber wenn ihr auch die Geschichte hören wollt, wie Feuer vom Himmel gefallen ist, dann schreibt es in die Kommentare. Dann erzählen wir es auch mal irgendwo. Unser Ace ist jetzt auch noch was gewonnen, ohne dass das Baumhaus abgefackelt ist. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr unsere Message so ein bisschen verstanden habt, dass man sich manchmal gar nicht bewusst ist, wie viel eine kleine Geste alles auslösen kann. Ich finde, die Kettenreaktion war jetzt zuerst mal für unsere Verhältnisse relativ klein und unspektakulär. Ich hätte richtig Bock, da nochmal was größeres zu machen. Schreibt da mal in die Kommentare, ob wir mal so etwas richtig Fettes aufbauen sollen. So eine kleine Kettenreaktion ist aber auf jeden Fall schon mal was, was man gut zu Hause nachmachen kann, wo man richtig kreativ werden kann. Wir hatten uns da auch nochmal eine Challenge überlegt, wie wir mit euch zusammen die längste Kettenreaktion der Welt machen können. Da sagen wir euch dann im nächsten Video nochmal was dazu. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ganz vielen Dank auch nochmal an Raga vom Kanal Shutter Authority aus Indien. Wir hatten uns jetzt ganz spontan hier dieses brennende Baumhaus animiert, fand ich richtig cool. Ja, schaut euch auf jeden Fall mal die anderen Videos von ihm an. Wir haben auch schon mal eins zusammen gemacht. In unserem nächsten Video geht es dann weiter mit dem U-Boot. Das kommt dann auch nächste Woche. Oh shit.